Was halten Sie vom Fensterkauf im Internet? Die unterschätzen das Thema Fenster ungemein und wenn die denken, sie sind nach fünf Minuten hier wieder raus und wollten ja nur ein Fenster kaufen, dann ist man meistens eine Stunde beschäftigt, weil es gibt so viele Themen, die es zu entscheiden gibt, wie zum Beispiel Thema Einbruchschutz, Schallschutz, Wärmedämmung. Es gibt unterschiedlichste Fenstersysteme, Materialien, Holz, Aluminium, Kunststoff, Zweifach-, Dreifachverglasung, so viele Themen, ich könnte jetzt eine Stunde reden. Aber das Wichtigste ist eigentlich auch das perfekte Aufmaß vor Ort und die passende Montage und das kriegt man natürlich im Internet nicht. Das heißt, klare Botschaft, Finger weg vom Internetkauf bei Fenstern und Türen? Absolut, da würde ich die Kunden doch gerne zu uns in die Ausstellung am Tempelhofer Damm einladen und dann hat man eine große Auswahl an Mustern und Produkten, um sich dann zu entscheiden. Nach dem Gespräch Fensterkauf im Internet, nein danke, ich empfehle Glück und Franke in Tempelhof.